Persönlichkeit, wie sie sitzen, verrät über ihren Charakter. Eine aufrechte Sitzposition wirkt sich nicht nur positiv auf die Gesundheit der Wirbelsäule aus. Sie kann außerdem auf Außenstehende äußert selbstbewusst wirken. Doch dabei sollte nicht nur auf eine gerade Haltung geachtet werden, sondern vielmehr auf die Position der Beine. Überkreuzte Beine oder lieber beide Füße auf dem Boden, die Sitzposition, die sie in ihrem Alltag oder auch auf der Arbeit bevorzugen, kann einiges über ihre Persönlichkeit verraten. Im Video erfahren Sie, was ihre Haltung über ihren Charakter offenbart. Verwendete Quelle, ja Granjoshkom.